Ja, danke für die einleiteten Worte und auch danke, dass ihr diese Veranstaltung als Werbeveranstaltung für mein letztes Buch gleich genutzt habt, indem ihr den Titel übernommen habt. Eine Journalistin hat mich mal so schön umschrieben mit dem Titel von Feld und Essen, Leben und Tod und das gefällt mir ganz gut. Das sind so meine Interessensgebiete. Du hast zwar richtig gesagt, dass ich jetzt hier als Hobbygärtner, es ist ein bisschen mehr als Hobbygärtnerei, ich bin landwirtschaftlicher Facharbeiter, ich führe aber derzeit keinen Betrieb, sagen wir es mal so. Ja, das sind Themen, die mich seit Jahrzehnten beschäftigen. Es sind ja eigentlich gar nicht so viele, in den letzten Jahren neue sind zwingend hinzugekommen, sondern es dauert einfach eine gewisse Zeit, bis sich wissenschaftliche Erkenntnisse in den Mainstream einfach durchsetzen. Manche behaupten, es dauert 20 Jahre, bis es dann wirklich in der Öffentlichkeit angekommen ist. Der Begriff Holobion soll heute Thema sein und vor allem, was Holobion zusammen mit Mikrobiom zu bedeuten hat. In der Wissenschaft kommt da schon vor der Begriff, Sie sehen da eine Tagung, die heuer stattgefunden hat unter dem Begriff Holobion. Es gibt auch wissenschaftliche Bücher zu dem Thema. Aber in der Öffentlichkeit ist der Begriff eigentlich nicht angekommen. Warum, weiß ich nicht. Vielleicht eben wegen den angesprochenen 20 Jahren möglicherweise ist es aber auch so, dass die Erkenntnis, ein Holobion zu sein, für viele Leute unangenehme Information ist. Also wenn wir über Landwirtschaft reden, dann geht es ja im Wesentlichen um unsere Ernährung und um unsere Lebensgrundlage. Und da gibt es viele Fragen zu beantworten, die ich heute nicht selbst beantworten werde, sondern oder beziehungsweise versuche zu diskutieren, sondern wir haben ja große Ehre heute mit so vielen hochkarätigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern hier darüber zu sprechen. Mein Thema soll jetzt einmal sein, die menschliche Gesundheit oder beziehungsweise die Gesundheit eines Holobionten, was die ausmacht und was dem zugrunde liegt. Aber ich hoffe, dass ich hier schon die Trajektorien setzen kann, die Richtungen ein bisschen ansprechen kann, wohin es dann in Verbindung mit der Landwirtschaft gehen soll. Weil bis jetzt wird eigentlich Landwirtschaft und Gesundheit nur sehr wenig irgendwie assoziiert. Und wenn wir uns anschauen, die technischen Entwicklungen, Sie haben hier so eine Zeitleiste vom 17. Jahrhundert bis in die Gegenwart und die verschiedenen Erkenntnisse aus der Mikrobiologie. Und man hat sie zwar im Mikroskop schon früh gesehen und natürlich ganz ein wichtiger Punkt, Robert Koch, der Mikroorganismen als Krankheitserreger, nicht nur als Krankheitserreger, aber auch dargestellt hat. Die Medizin hat sich lange vor allem auf die krankheitserregende Wirkung von Mikroorganismen konzentriert. Aus meiner Sicht war es dann Karl Wöse und Fox, die dann gemeinsam in den 70er Jahren publiziert haben, die ersten Sequenzierungsdaten. Die haben sich das einmal angeschaut, was ist denn in der mikrobiellen Umwelt alles so los? Und die meisten kennen den Herrn Wöse nicht, was schade ist, weil er eigentlich ganz eine wichtige Person war. Er hat vor allem damals auch eine neue Domäne eröffnet, nämlich die der Achea. Und wie das so ist, wenn sie neue Dinge in die Wissenschafts-Community schmeißen, dann wird man angefeindet und eigentlich kritisiert oder negiert. Mittlerweile wissen wir, dass das eine ganz eigenständige Domäne des Lebens ist, neben den Bakterien und den Eukaryoten. Und mit der Zeit, vor allem so zur Jahrtausendwende herum, machten dann zwei Technologien einen großen Sprung vorwärts. Das ist die Computertechnologie einerseits und die molekularbiologischen Techniken andererseits vor allem Bruchdurchsatz molekularbiologische Techniken. Und Sie sehen dann da hier, in den letzten 20 Jahren haben dann die Publikationen zu dem Thema Metagenomik im weitesten Sinne massiv zugenommen. Was hat man dann herausgefunden? Man hat sich irgendwie dann angeschaut, naja, man hat dann irgendwie versucht, alles, was man so finden kann, irgendwo in einen Sequencer zu schmeißen. Und es ist draufgekommen, dass der Großteil des Lebens auf dieser Erde hier, vor allem in der Domäne der Bakterien, zu finden ist. Dann haben Sie hier noch die Acheen und die Eukaryoten, also die Zellen mit einem Zegelkern, wo wir auch irgendwo dazugehören. Die finden wir hier und den Menschen kann man hier eigentlich gar nicht darstellen. Also wir sind hier sozusagen Tiere in einer mikrobiellen Welt und das ist auch eine der Grunderkenntnisse, die wir bei allen unseren zukünftigen Entscheidungen irgendwie mitnehmen müssen. Und was hier auch diese Grafik zeigt, über diese Sequenzierung über 16S oder 18S ribosomale RNA, zeigt, dass wahrscheinlich alles auf einen gemeinsamen zellulären Vorfahren zurückgeht, einen letzten gemeinsamen Vorfahren, also alles Leben auf dieser Welt verbunden ist. Das ist auch etwas, was ich als Netz des Lebens bezeichne, nämlich unsere allergenetische Verwandtschaft. Und das hat auch dann gezeigt, diese technischen Möglichkeiten, dass wir auch, wir haben schon gewusst, also als ich noch im letzten Jahr 1000 Medizin studiert habe, hat man von der Darmflora gesprochen und das war aber kein großes Thema. Und je mehr man halt Möglichkeiten hat, das molekularbiologisch zu analysieren, kommt man drauf. Es gibt viel, viel mehr Mikroorganismen in und auf uns, aber auch in der ganzen Umwelt und im Boden und auf den Pflanzen. Und je mehr man so technisch Möglichkeiten hat, je mehr findet man auch. Und dann ist irgendwann der Begriff des Mikrobioms aufgetaucht. Was das ist, werde ich gleich nochmal ausführlicher erklären. Das sind also diese Lebensgemeinschaften von Mikroorganismen. Beim Menschen ist es vor allem der Darm und hier besonders der Dickdarm, der in den Fokus gekommen ist. Aber es gibt zahlreiche andere Körperregionen, Körperöffnungen, Körperhöhlen oder Gewebe, bei denen wir mittlerweile wissen, dass sie nicht steril sind, sondern dass auch dort durchaus eine komplexe Gemeinschaft an Mikroorganismen lebt. Manchmal sind Krankheitserreger dabei, oder sie sind häufig dabei, sagen wir mal so, aber sie kommen meistens nicht zum Zug, weil eine große Diversität in diesen Mikroorganismen-Communities irgendwo herrscht. Man sieht auch hier nicht nur, dass verschiedene Körperregionen, also Mundhöhle, Haut, Darm, Geschlechtsorgane etc. unterschiedliche Zusammensetzungen haben, sondern auch jeder Mensch ist hinsichtlich seines Mikrobioms zu einem sehr großen Teil einzigartig. Und wir wissen auch, dass ein sehr einzigartiges und sehr diverses Mikrobiom mit Langlebigkeit, also gesund, lange Leben vergesellschaftet ist. Aber zur Gesundheit komme ich dann noch. Ich möchte euch nicht nur das Mikrobiom vorstellen, dazu bleibt zu wenig Zeit, nur dass man mal einen Überblick bekommt, sondern auch versuchen, ein bisschen darzustellen, was heißt das für die Gesundheit und Krankheit des Holobiomten. Also ich habe es Ihnen schon gesagt, in der Wissenschaft ist das Thema angekommen. Ich halte es für eines der spannendsten Themen in den letzten 30 Jahren, in denen ich in den Naturwissenschaften bin, sowohl als Mediziner als auch als Biologe, weil hier erstens Themen zusammenkommen, eben zum Beispiel Landwirtschaft oder belebte Umwelt und wir als Mensch andererseits. In der Wissenschaft ist das angekommen, mittlerweile auch im Mainstream. Es gibt ja schon zahlreiche, mehr oder weniger, eher weniger, gute Kochbücher zu dieser Thematik. Und es wird häufig benutzt, der Begriff, aber man hört immer wieder so Verwechslungen, habe ich so das Gefühl, was ist denn wirklich ein Mikrobiom? Ich habe diese Abbildung, diese Folie aus einer Publikation, sagen wir mal, ausgeborgt von den Kollegen Berg und Schlotter, die unter anderem hier mitgearbeitet haben, sehr rezent. Und da sieht man sehr schön, was ist denn ein Mikrobiom, beziehungsweise was sind Mikrobiota? Die Mikrobiota, das sind eben die Organismen selbst. Sie sehen, das sind nicht nur Bakterien, das sind eben diese schon angesprochenen Achäen, Pilze, Rodisten, also Einzelleralgen. Und die haben natürlich, man könnte das jetzt sehr mechanistisch einfach betrachten und sagen, ja, das sind einzelne Lebewesen, die haben Lebensgemeinschaften. Erstens einmal ist es so, dass sie in Zeit und Raum extrem dynamische Lebensgemeinschaften bilden. Und zweitens haben sie natürlich, interagieren sie untereinander. Und drittens haben sie Stoffwechselprodukte. Das ist hier unten dargestellt, diese mikrobiellen Metabolite. Wir sprechen hier auch bei der Forschung zu diesen Metaboliten vom Metabolom. Das macht sie eigentlich aus, weil nur ihre Anwesenheit alleine ist schön und gut, aber die chemischen Verbindungen, die sie abgeben, entweder als Produkte oder auch Abfallstoffe, die spielen ja eine ganz große Rolle. Was tun sie denn tatsächlich enzymatisch zum Beispiel? Und dieses Gesamte, also samt dieser Theater of Activity, wie es hier genannt ist, plus diese Stoffwechselprodukte und so weiter und so fort, das zusammen, auch deren Bestandteile, ja, die haben ja auch sehr kurze Lebenszyklen, diese Mikroorganismen teilweise, ich meine, sie zerfallen, auch deren Bestandteile spielen natürlich eine ganz große Rolle in der Interaktion mit anderen Lebewesen und im Speziellen eben mit dem Trägerorganismus. Also wir sind als Holobion der Trägerorganismus für dieses Mikrobiom. Und wie sieht das zahlenmäßig aus? Die Zahlen werden immer wieder unterschiedlich kolportiert. Man hat lange Zeit gesagt, 1 zu 10, also sprich menschliche Zellen, Körperzellen verhalten sich zu den besiedelnden Mikroben wie 1 zu 10. Das heißt, wir werden nur zu einem Zehntel Mensch. Es sind immer so Schätzungen und Berechnungen. Außerdem ist auch die Frage, ob wir die roten Blutkörper kennen, die ja pro steil keinen Zellkern haben, mit einbeziehen in diese Rechnung oder nicht. Wie dem auch sei, eine sehr konservative Schätzung zeigt uns, dass wir weniger als die Hälfte zahlenmäßig Eukaryoten sind. Der Rest ist in allen unseren Körperöffnungen und im Inneren und auf dem Äußeren von in etwa 39 Billionen Bakterien besiedelt. Also wir sind weniger als wir glauben zahlenmäßig. Die sind natürlich relativ klein. Dadurch fällt uns das jetzt nicht wirklich auf. Spannend wird es dann erst wirklich, wenn wir es auf genetischer Ebene uns betrachten, weil die Gene sind ja mehr oder weniger der Blueprint, die Blaupause für das Potenzial, für das Stoffwechselpotenzial von Lebewesen. Und seit dem Human Genome Project, man hat das ja um die Jahrtausende, haben wir da mal dargelegt oder begonnen sich anzuschauen, wie viele Gene hat der Mensch. 20.000 bis 23.000 Gene, die waren sehr enttäuschend. Enttäuschend ist auch, dass man darauf gekommen ist, dass eigentlich viele Krankheiten gar keine genetische oder keine sehr signifikant genetische Grundlage haben. Und jetzt kommt man darauf, dass in dieser mikrobiellen Community in und auf uns, sagen wir über 100.000, sagen wir Millionen Gene existieren. Warum sage ich das so unscharf? Weil das wahrscheinlich gewisse Variabilität aufweist, dieses Metagenom. Interessant ist die Publikation, die hier einmal sich mehrere Proben genommen hat, und zwar von 3.655 Proben von zwei Körperstellen, nämlich Mundhöhle und Darm. Und da ist man dann draufgekommen, und da waren die selbst erstaunten Autoren, dass fast 46 Millionen nicht redundante Gene gefunden wurden. Zwar nicht in einer Person, aber in vielen verschiedenen Probanden. Das heißt, also das genetische Potenzial und die genetische Vielfalt von Mikroorganismen ist also enorm. Und wir reden hier jetzt nicht vom Boden oder sonst was, und das ist jetzt hier nur bezogen auf das menschliche Mundhöhlen- und Darm-Mikrobiom. Also da ist ganz schön was los. Es wird auch geschätzt, dass das nicht alles ist. Also diese 46 Millionen, da sind vielleicht in Wahrheit 200 Millionen verschiedene nicht redundante genetische Eigenschaften. Welche das sind, ist ganz unterschiedlich. Unter anderem auch Antibiotika-Resistenzen, die wir genetisch kodiert finden. Zu denen komme ich gleich noch. Schlussendlich müssen wir auf jeden Fall zur Kenntnis nehmen, dass der Mensch, aber nicht nur der Mensch, sondern alle mehrzelligen Eukaryoten, Lebewesen, ob es jetzt Nutztiere sind, oder ob das Pflanzen sind oder nutzt Pflanzen, landwirtschaftlich genutzte Pflanzen, alles Holubionten sind. Also Gesamtlebewesen, die man nicht isoliert betrachten darf. Sondern dieses Mikrobiom ist änderlich, es ist extrem unterschiedlich und es ist abhängig von zahlreichen äußeren Einflussfaktoren. Und es ist, und das komme ich jetzt vor allem dazu, ist es extrem mit unserer Gesundheit oder unserem Risiko für manche Krankheiten verbunden. Wo sitzt das jetzt im Darm? Wenn wir uns das jetzt ein bisschen genauer anschauen, sehr abstrakt dargestellt. Es ist hier jetzt leider der Dünndarm gewählt, aber der Dickdarm schaut ein bisschen anders aus. Aber dennoch, der Darm ist eine, durch seine auffällte Lungen, eine massive Oberflächenvergrößerung. Hier finde ich dann spannend, wenn wir uns das Mutzelmikrobiom später dann anhören werden. Auch die Wurzeln sind sehr ähnlich konstruiert durch ihre Oberflächenvergrößerung. Und was vor allem auffällt, ist, dass hier an dieser Grenzfläche eine Schleimschicht existiert an unserem Darm. Die Darmzellen produzieren diesen Schleim. Und innerhalb dieser Schleimschicht spielt sich eigentlich dieses ganze mikrobielle Leben ab. Man will einerseits die Bakterien auf Distanz halten, andererseits brauchen wir einen innigen Kontakt mit einer Vielfalt von Bakterien, vor allem um unser Immunsystem zu trainieren. Und wenn Sie sich überlegen, 80 Prozent, zumindest 80 Prozent unseres zellulären Immunsystems ist im Darm verortet, dann sieht man schon, das ist nicht umsonst dort, sondern es geht hier um die Interaktion mit dem Darminhalt, der ja repräsentativ bis zu einem gewissen Grad ist für unsere Umwelt. Das muss irgendwie hineingelangen. Also im Darm gibt es immer mehr oder minder immunologische Entzündungsvorgänge, die uns normal nicht auffallen, wenn das sozusagen in der Waage sich hält. Erst wenn irgendetwas aus der Waage gerät, dann wird das problematisch. Und das Spannende ist auch hier, dass es hier nur eine einzige Zellschicht ist, die uns von den Mikroorganismen im Darminneren und unserem Kreislauf, Blutkreislauf zum Beispiel, trennt. Und das sehen Sie hier nochmal dargestellt. Wir haben hier links wieder diese Darmzellen, diese Darmbarriere, die eben wirklich nur aus einer Zellschicht besteht. Das ist doch, man könnte sagen, eigentlich anfällig. Und diese bakterielle Vielfalt. Und jetzt ist es so, dass je mehr sozusagen die Wissenschaft auf die Ergebnisse liefert wird, darauf kommen, wie innig hier die Interaktionen sind, insbesondere die mit unserem Gehirn. Es bestehen da Verbindungen verschiedenster Natur. Eine ganz besondere und finde ich sehr faszinierende Verbindung ist die über den zehnten Hirnnerv, den sogenannten Nervus vagus, der tatsächlich eine Ausstülpung unseres Gehirns darstellt und bis hier in den Darm, in die Darmwand mit seinen Endstücken einmündet. Das heißt, wir reden immer von der Blut-Hirn-Schranke. Da oben ist alles weitgehend dicht oder sollte es zumindest sein. Aber dass unser Hirn sich bis in den Darm hinabzieht durch diesen Nerv, ohne Zwischenschaltung und einen Kontakt hat zu den Zellen der Darmwand und hier über so Neuropods dann mehr oder weniger direkt auch kommunizieren kann mit den Stoffwechselprodukten dieses Darminhaltes. Das ist schon eine faszinierende Geschichte und hat uns auch jetzt immer in den letzten Jahren nähergelegt, dass es enge Verbindungen gibt zwischen Angststörungen, zwischen depressiven Symptomatiken, schweren Depressionen und dem Darm-Mikrobiom. Die gute Nachricht ist, kann ich das Darm-Mikrobiom modifizieren, beeinflussen, dann kann ich auch therapeutisch bei diesen Dingen eingreifen. Gerade Angststörungen und Depressionen betreffen einen sehr großen Teil der Bevölkerung. Und andere Krankheitsbilder, wie zum Beispiel das Reizdarm-Syndrom, lässt sich ebenfalls sehr gut damit erklären. Das ist ein sehr komplexes Krankheitsbild, nicht immer einfach zu behandeln. Und was die Mikrobiomforschung auch gezeigt hat, ist, plötzlich finden wir den gemeinsamen Nenner, warum manche Krankheitssymptome miteinander zusammenhängen. Menschen mit einem Reizdarm-Syndrom haben auch häufig depressive Verstimmungen. Die Verbindungen sind vielfältig, einerseits über die Nerven selbst, andererseits können bakterielle Metaboliten ins Blut gelangen, auch Zytokine, auch Botenstoffe können ins Blut gelangen. Und ein beträchtlicher Teil der Moleküle, die in unserem Blut zirkulieren, sind bakteriellen Ursprungs, auch etwas, was vielfach nicht berücksichtigt wird. Problematisch wird es erst dann, das ist hier nur schematisch mal dargestellt, an dem Beispiel der Antibiotika-Behandlung, die ist, glaube ich, sehr logisch, dass die, wenn sie sich gegen Bakterien richtet, hier Verschiebungen und Unheil anrichten kann im Bereich der Darmflora und es hier zu einer Störung dieser Darmbarriere kommt. Die Darmbarriere besteht ja nicht nur aus diesen Zellen, sondern auch aus dem gebildeten Schleim und aus den dort ansässigen Mikroorganismen. Denken Sie wiederum an die Wurzeln, die dann später kommen, wie ähnlich das sein könnte. Die Verbindungen bestehen jetzt nicht nur zwischen Darm und Hirn, die bestehen auch zwischen Darm und Lunge, zwischen Darm, Mikrobiom und Leber, zwischen Darm und Haut. Es sind manche Verbindungen hypothetisiert, dass zwischen der weiblichen Brustdrüse und dem Darm eine Verbindung bestehen könnte, möglicherweise. Also da ist vieles noch nicht wirklich abschließend erforscht. Wir wissen nur, dass diese ganzen verschiedenen Stoffwechselprodukte und Metapolite eine große Rolle spielen. Und problematisch ist vor allem dann, wenn zerfallende bakterielle Bestandteile in die Zirkulation geraten. Das macht dann eine Entzündung im Organismus. Was macht das Mikrobiom für uns alles? Warum ist es so unentbehrlich? Es ist also für zahlreiche verschiedene Funktionen im Körper verantwortlich. Manche sagen auch, dass menschliches Leben, so wie wir es kennen, eigentlich ohne den assoziierten Mikrobiota, die wir in und auf uns tragen, gar nicht möglich wäre. Es fängt schon an bei der Reifung des Immunsystems, beim Neugeborenen. Die Entwicklung des Darmnervensystems und die Entwicklung des Zentralnervensystems spielt hier das Mikrobiom eine Rolle. Es spielt täglich bei unserer Verdauung eine Rolle. Es werden aufgenommene Verbindungen von der Nahrung abgebaut, umgebaut. Es werden neue Moleküle synthetisiert, unter anderem Vitamine. Sie bilden diese kurzkettigen Fettsäuren. Die kennt man ja auch aus der Rinderverdauung. Propionat, Butyrat, Acetat, diese Dinge, die eine ganz offensichtlich sehr wesentliche oder viele verschiedene Funktionen im Körper haben, bis hin zu anti-entzündlichen Eigenschaften. Von der Immunität habe ich schon gesprochen. Wir brauchen auch das regelmäßige Training mit einer hohen bakteriellen Vielfalt im Darm und auch Umweltchemikalien werden umabgebaut. Manchmal werden sie nachher giftiger, manchmal werden sie abgebaut, je nachdem. Und natürlich nicht zu vergessen, ein Großteil der Bevölkerung nimmt viele Medikamente, auch Medikamente wirken auf dieses Mikrobiom. Interessant ist, im Unterschied zu unseren somatischen Genen, diese 20.000, 23.000 Gene, dass dieses Darmmikrobiom mobil ist. Also das können Sie, mir gefällt ja der Ausdruck sehr gut, updaten. Das ist wie ein Software-Update, das man vor allem über die Ernährung, aber auch andere Maßnahmen wie Mikrobiom-Transplantation, das will ich heute nicht so ansprechen, modifizieren kann. Ein Beispiel dafür ist der Umstand, dass in japanischen Populationen viele Menschen ein Gen haben, das ihnen ermöglicht, ein komplexes Polysaccharid-Kohlenhydrate, die in diesem Seaweed, wie sagt man, Algen, die Sie da drin immer kennen, in diesem Nori, Sushi und wie soll er heißen, um das abzubauen. Das haben Europäer nicht oder Amerikaner nicht, die dem nicht ausgesetzt sind. Die Japaner schon und vermutlich haben die einen kleinen genetischen Abschnitt aus einem Meeresbakterium übernommen und somit haben sie eine neue erworbene Eigenschaft, nämlich sie können das besser aufspalten. Und, und das ist natürlich etwas, was dann schon in Richtung Lamarck'sche Theorie der Evolution geht, sie können diese erworbenen Eigenschaften auch weitergeben an die nachfolgende Generation. Also dieser Holubiont ist fähig zu einem Update. Das sollte einmal die Message sein. Wesentliche Kontakt zum Welt ist eben unsere Ernährung. Das Ganze bildet sich ab der Geburt so heraus, dieses Mikrobiom, ich beziehe mich jetzt vor allem auf das Darmmikrobiom, und da gibt es natürlich schon viele Einflussgrößen, die das Ganze in die positive oder negative Richtung lenken können. Einerseits ist es einmal die Frage des Geburtsmodus, aber auch des Gesundheitszustandes der Mutter zum Zeitpunkt der Geburt, was sie ist und wie sie stoffwechselmäßig drauf ist. Und ab der Geburt geht es dann darum, wird das Kind gestillt, wie lange wird es gestillt, erhält das Kind Medikamente oder Antibiotika, vor allem im schlechtesten Sinne. Und ganz wichtig, nämlich dann über die, da steht jetzt ein bis drei Jahre, das geht natürlich weiter bis fünf Jahre, bis sich so annähernd ein erwachsenen Mikrobiom einmal in seiner Diversität etabliert hat, aber es ist eben ein Leben lang beeinflussbar. Es ist das vielgeschmähte Environment, unsere ganze Umwelt, unsere ganze Umgebung. Und das ist natürlich ein Punkt, den wir berücksichtigen müssen, weil wir jetzt im Anthropozän ja uns massiv eine lebensfeindliche Umwelt geschaffen haben. Über die letzten Jahrzehnte, ich würde sagen, zweite Hälfte des letzten Jahrhunderts hat es vor allem, hat dieser Fortschritt unter Anführungszeichen begonnen. Wir haben sehr viel Umweltchemikalien oder Chemikalien produziert, die uns vieles erleichtern, die aber, wenn sie in die Umwelt gelangen, wiederum auf uns zurückwirken und vor allem eben auch eine Wirkung auf unser Mikrobiom haben. Sie sehen da verschiedene Einflussgrößen auf dieses Mikrobiom oder die Mikrobiota. Auf alles kann man hier nicht eingehen. Natürlich spielt der Stress und der zirkadiane Rhythmus, Schlafwachsch und so weiter eine Rolle, denn auch Schlafmangel führt dazu, dass sich das Darmmikrobiom verändert. Bewegung, Sport beeinflusst das Positiv, das Mikrobiom und Negativ, ich glaube, das ist selbstredend, sind es die Antibiotika, die falsche Ernährung und Umweltchemikalien. Ich habe deswegen einen Pfeil dazu gemacht, weil das die Dinge sind, die man vielleicht auch in der Form unserer gegenwärtigen landwirtschaftlichen Praxis, Schrägstrich Ernährungspraxis, vor allem berücksichtigen müssen. Ein Begriff, der in den letzten Jahren massiv Aufmerksamkeit bekommen hat, auch wieder eher in der Wissenschaft als im Mainstream, ist das sogenannte Exposom. Nachdem sich herausgestellt hat, dass unsere Gene selbst nur bei den meisten Krankheiten, abgesehen jetzt von reinen Erbkrankheiten, nur bedingt eine Rolle für die Krankheitsentstehung spielen, ist man darauf gekommen, es hängt davon ab, wie diese Gene überhaupt abgelesen werden. Und das ist die Domäne der Epigenetik. Und das Ein- und Ausschalten, sage ich jetzt ganz vereinfacht, von Genen, das ist ja hier in diesem inneren Kreis dargestellt. Und was uns tatsächlich krank macht, ist das sogenannte Exposom. Also Exposure, das ausgesetzt sein oder exponiert sein, gegenüber zahlreichen Umwelteinflüssen, über lange Zeiträume. Und da sehen Sie, was hier alles hinzukommt. Auch hier wiederum möchte ich mich vor allem eben jetzt auf das Mikrobiom, Mikrobiota, auf die Lebensweise, ob Stadt oder Land, und auf die Ernährung dann noch ein bisschen konzentrieren. Aber das sind tatsächlich die Dinge, die über lange Zeit auf einen Organismus einwirken und darüber entscheiden, ob ein genetisches Risiko sich manifestiert oder eben nicht. Und was diesen ganzen sogenannten Zivilisationskrankheiten zugrunde liegt, ist eine niederschwellige chronische Entzündung. Sie sehen das hier dargestellt als zentraler Player. Das ist eine Abbildung aus Nature Medicine, die ich da modifiziert habe. Und das sind die Ursachen. Und da sind keine großen Überraschungen dabei. Von diesen Umweltchemikalien, Schlafstörungen, Stress und soziale Isolation, falsche Ernährung, die dann eben auch damit verbunden ist, mit Übergewichtigkeit. Und hier diesen vielstrapazierten Begriff der Darmdysbiose. Also da ist Dys heißt irgendwie fehlreguliert. Da stimmt irgendwie die Zusammensetzung nicht. Vielleicht ist die Diversität reduziert oder haben manche nicht erwünschten Mikroorganismen die Oberhand. und interessant ist, wenn Sie sich jetzt diese ganzen Krankheiten hier betrachten, das sind sozusagen die häufigsten Krankheiten in unserer Gesellschaft, dann finden wir bei denen eine niederschwellige chronische Entzündung und wir finden in der Literatur eine mehr oder minder besser oder schlechter nachgewiesene Verbindung zu einem gestörten Mikrobiom. In allen Fällen ist das noch nicht hundertprozentig geklärt, aber in vielen Fällen haben wir hier schon starke Hinweise. Das heißt, eine Störung im Mikrobiom führt über diese hier dargestellte chronische Entzündung zu fast allen diesen Krankheiten, die uns peinigen als westlich lebende Gesellschaft. Das ist hier noch einmal so grafisch dargestellt, also von allen Organsystemen, vom Verdauungssystem über das Herz-Kreislauf-System, das Zentralnerven-System und Sie sehen auch hier auch Autoimmunerkrankungen, es geht immer mit einer niedrigen chronischen Entzündungslage im Körper einher. Das betrifft übrigens auch Angststörungen und Depressionen, wissen viele nicht. Also das Darm-Mikrobiom, wie es in dieser Überschrift auch schon erwähnt ist, steht in Verbindung mit dieser systemischen Entzündungsreaktion, die in einem Spektrum sich ausbildet und die negativen Einflüsse sehen Sie schon mal hier, das ist vor allem Medikamente, Antibiotika, aber auch eine starke Proteinkonsum und vor allem der Mangel an Fiber, an Ballaststoffen. Positiv beeinflussen lässt sich über Ballaststoffe und über die Aufnahme der richtigen Mikroorganismen. Martin, du hast noch fünf Minuten, jetzt schaut es schlecht aus. Du hast noch fünf Minuten? Fünf Minuten, dann muss ich ein bisschen auf die Tube drücken. Unsere Mikrobiom in der westlichen Welt geht es offenbar nicht so gut. Ich gebe jetzt ein bisschen Gas. Wir sehen hier im Vergleich verschiedene Primaten und diese mittleren 30 ist der Mensch und wir haben zwar hier Malawi und Venezuela und hier als Repräsentant der westlichen Lebensform die Vereinigten Staaten und Sie sehen die Diversität in diesem Mikrobiom ist die niedrigste von allen Primaten. Die höchste Diversität finden wir bei sehr naturnah lebenden Völkern unter anderem diesen sogenannten letzten Jäger und Sammlern in Hatsa oder Hatsabe in Tansania aber auch in Südamerika und so weiter und so fort. Bei denen finden wir eine hohe Diversität im Darm bei westlich lebenden oder sich ernährenden Menschen eine geringe. Und das Ganze zieht sich wirklich über so einen Urbanisierungs Gradienten. Je fortschrittlicher und urbanisierter eine Zivilisation lebt, je geringer ist diese Diversität. Das sind einerseits natürlich die Umweltchemikalien, die hier eine Rolle spielen und andererseits auch zahlreiche verschiedene Medikamente, die nicht zu der Antibiotika Kategorie gehören. Eine andere Möglichkeit oder zusätzlich besteht hier auch die Vermutung, dass es sich um einen Mangel an alten Freunden handelt. Diese alten Freunde, die ja auch Kinder gerne aufnehmen, die mit Boden verbunden sind und das sogar essen, kommt es zu einer Aufnahme dieser Mikroorganismen in den Körper und fördert hier so die Diversität. Da gibt es auch zahlreiche populärwissenschaftliche Publikationen dazu. Ja, ich habe wieder mal so wie immer die Zeit übersehen. Zu wenig Zeit für ein komplexes Thema. Wir sehen es auch in der Landwirtschaft, Amische und Hutara haben zwar einen genetischen Background, einen sehr ähnlichen und dennoch finden wir Unterschiede zum Beispiel in der Neigung, was die Ausbildung von Asthma betrifft. Die Amischen leben sozusagen noch bodennäher, naturnäher, tiernäher, haben nicht die industrielle Landwirtschaft angenommen und haben deswegen ein viel geringeres oder praktisch nicht existentes Risiko für diese Erkrankungen. Ich darf jetzt ein bisschen vorspringen, weil die wichtige Frage für die Landwirtschaft. Wir sehen auch hier im Mäuseversuch, dass Aufzucht auf einem mikrobiell reichen Untergrund eine günstigere Immunlage hervorruft, als zum Beispiel wenn Mäuse steril aufgezogen werden. Das Ganze funktioniert auch, wenn man die Mäuse gar nicht direkt auf einem mikrobiellen reichen Untergrund aufzieht, sondern wenn man sie nur mit einer bakteriellen Luft sozusagen exponiert, dass jene Mäuse, die eine hohe Biodiversität in ihrer Luft haben, auch einen positiven Einfluss auf ihr Mikrobiom zeigen und das gegen ängstliches Verhalten wirkt. Wichtig ist die Regulation auf unser Immunsystem des Mikrobioms und da haben wir schon die ersten Ergebnisse auch, es ist noch nicht abschließend geklärt, dass vermutlich auch bei einem erhöhten Risiko für Covid-19 schwer zu erkranken oder daran zu versterben die Mikrobiom- Zusammensetzung eine ganz wesentliche Rolle spielt. Ist auch kein Wunder, Sie haben zuerst die ganze Liste an chronischen Erkrankungen gesehen, viele davon sind ja als High-Risk Grunderkrankungen für einen schweren Verlauf zu sehen. Zugrunde liegt das unsichtbare Netz des Lebens des Mikrobiom. Und wir haben auch in großen Studien gesehen, dass eine suboptimale Ernährung weltweit für mehr Todesfälle verantwortlich ist als jedes andere Risiko. Und wenn wir uns die Ernährung anschauen, ich habe jetzt da zu wenig Zeit, dann müssen wir eben über die richtige Ernährung reden. Und da sehen wir schon, der Ernährung fehlt es vor allem an Spurenelementen, an Mineralstoffen. Wir sprechen hier vom verborgenen Hunger, vom Hidden Hunger, wie er auch heißt. Wir müssen uns dann die Frage stellen, wie kommen denn Spurenelemente, Mineralstoffe in unsere Lebensmittel, wenn wir über Landwirtschaft reden. Und eine gesunde Ernährung ist nicht nur Energie ausreichend an Kalorien und hat nicht nur die Nährstoffe drinnen, sondern eine gesunde Ernährung, die sollte sehr divers sein, sehr vielfältig sein, aus verschiedenen Lebensmittel Gruppen zusammengesetzt sein. Und der simple Grund dahinter ist, unser Mikrobiom liebt sekundäre Pflanzenstoffe, unser Mikrobiom liebt, oder vor allem die positiven Mitspieler in dieser Gemeinschaft lieben Ballaststoffe und so sollte unsere Ernährung ausschauen. Und es ist keine große Überraschung eigentlich, man kommt immer wieder zum Alten zurück, es sind die klassischen Alten Ernährungstraditionen, die genau diese Vielsätigkeit, diese abwechslungsreiche Ernährung bieten. Sie sind meistens pflanzenbasiert, sie sind meistens natürlich saisonal gewesen, sehen sie auch heute eben noch, aber ganz wichtig für das Mikrobiom in der Ernährung ist, es muss frisch sein, weil wir werden ja dann sehen, dass in den ganzen Blättern und in den Wurzeln übere Bakterien sitzen und es sollte weitgehend chemiefrei sein, weil diese chemischen Verbindungen einen negativen Einfluss auf unser Mikrobiom haben. Das heißt, die Ernährung und das Mikrobiom bindet zwischen Landwirtschaft und Mensch und es gibt schon die ersten Fallkontrollstudien hier, wie schaut es denn aus, Menschen, die sich vor allem pflanzenbasiert ernähren im Vergleich zu anderen, zu Vergleichspopulationen und da sieht man hier eine rein pflanzliche Ernährung für zu 73% Reduktion von mittelschwerer bis schwerer Covid-19-Erkrankung in dieser Kohorte und hier nur als Fallkontrollstudie, aber es sind Hinweise in die richtige Richtung und vor allem diese Phytochemikalien in den Pflanzen, Polyphenole, sekundäre Pflanzenstoffe sind es, die das offensichtlich eine Wirkung einerseits auf das Mikrobiom haben und andererseits dieses Mikrobiom diese Pflanzenstoffe auch umwandelt in irgendwelche anderen Metaboliten, die anscheinend für uns gesund sind. Das heißt, wir brauchen auch, wenn wir von Landwirtschaft reden, ein Produkt, das reicht an sekundären Pflanzenstoffen, an Phytochemikalien. Ich komme schon zum Schluss. Unter diesen Aspekten muss man natürlich solche traditionellen Geschichten wie ayurvedische Medizin oder Kräutermedizin neu sich anschauen, weil vermutlich deren Wirkung, die ja schon Jahrhunderte bekannt ist, auf einer Modifikation, auf einen gewissen Einfluss der mikrobiellen Zusammensetzung in unserem Darm vermutlich wirkt. Und auch für die Städteplanung muss man wieder berücksichtigen, dass der Mensch eben nicht nur abstrahiert ein Lebewesen aus seinen Körperzellen ist, sondern ein Holobiont. Wir brauchen also eine Holobionten-gerechte Städteplanung und eine Holobionten-gerechte Landwirtschaft, um viele unserer Probleme, nämlich ein überlastetes Gesundheitswesen und sicher weiter anstehende Pandemien besser bewerkstelligen zu können. Dass alles miteinander verbunden ist, sehen Sie in dieser übernommenen Abbildung aus einer Publikation. Ich habe sie nur übersetzt. Noch einmal die Message ist, als Holobionten sind wir Tiere in einer mikrobiellen Welt und Mikroben kennen keine Grenzen. Die sind über die Luft genauso zu verbreiten und Resistenzen, die im Boden zu finden sind, finden sich über kurz oder lange auch irgendwann im Krankenhaus wieder. Das heißt, Umwelt und unser Organismus sind einfach aus Sicht der Mikroben, da gibt es keine Grenzen, sondern das ist alles offen. Spannend wird es dann, wenn wir uns sowohl die Pflanzensphäre als auch das Bodenmikrobiom, die Rizosphäre anschauen, in Verbindung mit dem Grundwasser, wie alles miteinander zusammenhängt. Auch unsere Art und Weise, wie wir Nutztierhaltung betreiben. Damit sage ich danke, ich entschuldige mich, dass ich jetzt so schnell war, aber ich glaube, für einen guten Überblick und als Diskussion für alles, was weiter folgt, war genug dabei. Vielen Dank. Ja, danke dir, Martin, für den kurzen, aber doch sehr umfangreichen Überblick, den du uns da gegeben hast. Ja, das Thema ist einfach viel zu umfänglich, als wenn man das in einer halben Stunde abtun könnte, beziehungsweise eine Stunde ist da ja auch schon zu wenig, aber wir versuchen das ja dann dennoch irgendwie im Rahmen des Formates hinzubekommen und ich denke, da hast du schon einen ganz guten Punkt und einen ersten guten Aufschlag gemacht. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit und ich würde dir gerne noch ein paar Fragen aus dem Chat stellen und zwar der Robert Strauch fragt, was macht denn jetzt eigentlich ein gestörtes Mikrobiom aus? Du hast es etwa schon beschrieben, also kann man quasi isoliert ein gestörtes Mikrobiom beschreiben oder brauchst dazu immer den Menschen auch, um festzustellen, wie wirkt jetzt dieses Mikrobiom auf ihn? Kann man da verallgemeinerbare Aussagen stellen? Ja, das ist eine sehr gute Frage und eine, die natürlich die Medizin sehr interessiert. Es wäre schön, einen einfachen Test zu haben und zu sagen, das ist hier ein gestörtes Mikrobiom, also wissen wir, was wir jetzt geben müssen dafür. Es ist einfach zu sehen, wenn ein Mikrobiom oder ein Darmflora so aus dem Gleichgewicht kommt, dass einzelne Infektionserreger massiv die Oberhand bekommen. Das ist zum Beispiel Clostridium difficile, wenn das überwuchert, dann haben wir eine schwere Entzündung des Darmes, das kann tödlich verlaufen, sind leider auch noch oft resistent. Aber für den Durchschnittsbürger, der jetzt keine konkrete Diagnose hat, sondern halt manchmal eher sozusagen Befindlichkeitsstörung hat, sich vielleicht ein bisschen depressiver fühlt am nächsten Tag nicht oder abgeschlagen, schwach, antriebslos ist, da liegt auch oft eine sogenannte Dysbiose zugrunde, aber das lässt sich dann gar nicht so leicht an einzelnen Bakterien dingfest machen. Es gibt so sogenannte Keystone Species, also das sind besonders wichtige Arten, die im Mikrobiom vorhanden sein sollten, damit es seine antientzündliche und sonstige Wirkungen erfüllen kann. Auch denen kann man schon schauen, aber es ist durchaus kritisch zu sehen, es werden ja häufig so Mikrobiomanalysen angeboten, dann bekommen sie einen Befund, wo nur einzelne Bakterien aus diesem großen komplexen inneren Ökosystem dann dargestellt sind und das ist auch nur deren Zusammensetzung. Wir haben aber heute gehört, es geht ja auch um deren Funktion. Was tun sie denn tatsächlich? Und da wird es auch dann einigermaßen komplex. Also vielleicht wird in Zukunft das einfacher werden, aber so einfach zu sagen, das ist eine Dysbiose, das nicht und da gibt es einen einfachen Test dafür, das ist schwierig. Die Andrea Beste fragt nach der Rolle von Zusatzstoffen in hochverarbeiteten Nahrungsmitteln. Kannst du da was dazu sagen? Ja, das habe ich nicht angesprochen, aber das ist ganz wichtig. Also es geht hier nicht nur um landwirtschaftliche Primärproduktion, sondern natürlich das, was die Lebensmittelindustrie daraus macht. Und da gibt es interessante Publikationen mittlerweile dazu, dass eigentlich, also erstens zugelassene und zweitens bis jetzt als harmlos geltende Zusatzstoffe schlussendlich aber für die mikrobielle Zusammensetzung oder für diese Darmschleimhautbarriere negative Effekte haben. Also das sind zum Beispiel Maltodextrin, Carboxymitylzellulose als Emulgator. Die führen zu Störungen einerseits in dieser Schleimschicht und möglicherweise auch in Verbindung von diesen bakteriellen Communities. Viele oder Konservierungsstoffe haben ja grundsätzlich den ureigensten Zweck ist es ja bakterielles Wachstum oder mikrobielles Wachstum hintanzuhalten. Und wenn Sie das jetzt reichlich und häufig aufnehmen, dann hat das natürlich irgendeinen Effekt. Und der ist nicht sofort krankmachend, sondern es geht ja hier um eine gewisse Ernährungsweise über Jahrzehnte. Und das kann dann in Verbindung mit anderen Umwelteinflüssen. Es ist das Mikrobiom und vielem oder fast allem beteiligt, aber nicht ausschließlich die einzige Ursache unserer Probleme. Ja, danke soweit. Eine letzte Frage würde ich dir noch stellen und zwar von der Selina. Sie befragt nämlich, wie beeinflusst ein gestörtes Mikrobiom unsere Ernährungsvorlieben? Du hattest ja auch gesagt, das ändert dann unsere Gefühlslagen, hat da einen Einfluss darauf im Sinne von, wenn ich die ganze Zeit mich schlecht ernähre, kultiviere ich das entsprechende Mikrobiom und wenn ich das irgendwie ändere, dann braucht das eine Zeit lang, bis sich das wieder adaptiert. Also, wenn wir uns jetzt für einen kurzen Moment in die Rolle des Mikrobioms versetzen und wir jetzt in diesem Trägerorganismus Mensch leben, dann wollen wir ja ein bisschen mitbestimmen, was der aufnimmt, weil das ist ja sozusagen unsere Nahrungsmittellieferung, die dann oben reinkommt. Und Sie haben ja schon gesehen, die Verbindung zwischen dem Hirn und unserem Darm ist eine sehr enge und es scheint so zu sein, dass das Mikrobiom vereinfacht gesagt unser Belohnungssystem gehackt hat und hier unsere Vorlieben auch steuern kann. Da gibt es erste Ergebnisse und Erkenntnisse in diese Richtung, dass unser Darm-Mikrobiom uns diktiert, was wir denn essen. Es könnte auch die Ursache sein, warum wir den einen oder anderen Heißhunger einer Lebensmittelgruppe gegenüber verspüren und am nächsten Tag gar nicht. Das spielt eine Rolle, aber es ist weit davon so konkret verstanden zu sein, dass man sagt, da können wir schnell eingreifen. Aber man merkt also, jeder von uns, der schon mal sozusagen von einer schlechten Ernährung oder zu stark fleischlastigen Ernährung sich langsam aber sicher einer pflanzenbasierten, das heißt ja nicht, dass sie fleischlos ist, aber pflanzenbasiert, breitflächig pflanzenbasiert ist, gewidmet hat, merkt auch eine Veränderung in seiner Lebensmittelpräferenz. Und das ist eine spannende Geschichte. Unsere Vorlieben werden zu einem gewissen Teil, auch unser Verhalten allgemein wird vom Mikrobiom gesteuert. Wie genau, das ist noch, das dauert noch, bis wir das alles genau wissen. Ja, super spannend auf jeden Fall, was da alles in Interaktion ist. Und was da alles zu was führt in der Funktion, in der Zusammensetzung. Danke dir für den ersten tollen Überblick. Auch ganz viel Lob aus dem Chat möchte ich dir hiermit noch mitteilen. Da kamen positive Rückmeldungen und genau. Vielen Dank, du hast geschrieben, das geht auch von mir an dich jetzt, dass du den Auftakt dieser Veranstaltung auch gemacht hast.